Guten Morgen zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge von TOJ TV. Ich bin der TORGON137 und heute fliegen wir von Islamabad, Afghanistan mit unserer Spitfire nach Indira Gandhi, International in Indien. Auf dem Weg dorthin werden wir uns noch die Faisal Moschee ansehen, die ist hier direkt hier oben in der Ecke. Und, oh, wie mich persönlich freue, der Goldene Tempel. Ja, mal sehen, ob das wieder mitspielt. Habt euren Spaß und los geht's. Das ist der wichtigste Stützpunkt der Amerikaner hier. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 ... 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 wird, aber ich probiere es trotzdem. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind in Indien! 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 Wir sind in Indien!